Der Test kann erst weitergehen, wenn Ihr Begleiter Kubus eingeäschert wurde. Der Sterbehilfeprozess ist zwar äußerst schmerzhaft, doch acht von zehn Apatür Science-Technikern glauben, dass der Begleiter Kubus höchstwahrscheinlich wenig Schmerz empfindet. Der Begleiter Kubus kann den weiteren Test nicht mitmachen. Staatlichen und örtlichen Vorschriften zufolge kann er nicht hier bleiben, allein und ohne Begleitung. Sie müssen ihn Schmerz leisten. Irgendwie ein Parag reinschießen in das Loch. Zerstören Sie den Begleiter Kubus, um den Test fortzusetzen. Das ist dann der Durchfall, wo man dann splittenden kann. Tja, sieht nicht so aus. Der Begleiter Kubus war bisher ein teuer Kumpan, kann sie beim Rest des Tests jedoch nicht begleiten. Könnte er sprechen und das Enrichment Center erinnert daran, dass dies nicht der Fall ist, würde er Sie bitten allein weiter zu gehen. Lieber würde er im Feuer sterben, als Ihnen Anlass zu sein. Wir kommen so nicht weiter. Tja, mach's gut. Sie haben Ihren treuen Begleiter Kubus schneller geopfert als jede Testperson bisher. Herzlichen Glückwunsch. Sehr schön. Ich freue mich. Ich fühle mich kackern. Jetzt finden wir heraus, dass es einen Weg gab. Das Experiment nähert sich seit dem Ende. Das Enrichment Center gibt Ihnen folgenden Hinweis. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Oh lecker. Ich glaube der Kuchen ist ein Lüger. Das Experiment nähert sich seinem Ende. Nummer 18. Das Enrichment Center gibt Ihnen folgenden Hinweis. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Okay. Lass mich gucken, finde ich gut. Bin ich einverstanden? Oh. Das Experiment nähert sich seinem Ende. Das Enrichment Center gibt Ihnen folgenden Hinweis. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Oh ja, Kuchen. Ist für Kuchen. Sag mal. Okay. Da sind wir drei. Das Telefonkost. S chor. Das Be konnte. Das Kuchen. Das istfass, wenn wir ihn richtig verletzt werden. Gelassen Sie? Mach. Das ist ein Blinker. Das ist ein Blinker. Das ist ein Blinker. Okay, dann müssen wir noch hin. Dann müssen wir ganz schnell durchfahren. Ganz schnell durchfahren, bis er nur ein Prüfer geht. Äh, was? Äh, was? Oh, no. Ähm. Wir müssen uns einen Kuckus holen. Okay. Das funktioniert nicht so sehr. Das ist ein Portal, das ist ein Portal, verdammt. Ist das überhaupt möglich? Nein, ist nicht möglich. Nicht wirklich. Und die Uflisten noch sterben? Ist doch hier ein gewaltiger Witz. Wir kommen so schnell nicht zurück, oder? Was das jetzt bringen soll. Das verstehe ich auch wieder nicht, aber... Okay. Wie kommen wir da jetzt hin? Irgendwas zwischen gar nicht und Au Ich kann die auch gar nicht ausschalten Nein Zurück hier Bin ich Au Nein Wir müssen nicht verarschen spielen Nein Wir sind Wir sind Wir sind Wir sind Wir sind Wir sind Jetzt komme ich hier rüber Wir müssen das irgendwie schaffen darüber geschlotert zu werden Wir sind Jetzt Nein, was soll das für ein Checkpoint sein? Oh, tschüss, oh Mensch, diese Checkpoints zum Mäuse melken. Okay, das war ziemlich klar. Vielleicht können wir auch... Okay, das war ziemlich klar. Was ist bloß, wenn wir irgendwo gehen machen? Wer ist damit? Wenn das richtig platzieren würde, könnte man vielleicht dort einen der Wächter ausschalten oder die Wächter ausschalten Das wäre eine Möglichkeit, hier nachzukommen, in die Note 2, das richtig sehr Sie halten nicht so gut, wo die sind Dann noch weiter hinten, hier so Ich kann mich nicht sehen, das ist jetzt nicht wirklich Ich meine... Okay, da pointen sie ja hin, da müsste es vielleicht... Das könnte klappen Sehr schön Ich höre über das, wenn die Okay Es kann Ich hoffe, es fällt auf dieser hochwertige Ich hoffe, es ist der Fall Ich hoffe, es ist der Fall